Züge und Radiotechnik Liebe Radiofreunde, wir zwei Mittelwellen-Zombies sind wieder unterwegs und wir sind hier in der Nähe von Melnick und wir haben es geschafft, wir stehen hier an diesem wenigen Kilowatt starken Sender von Radio Terchowka, frei übersetzt Radio Blasmusik. Und wer sich ein bisschen auskennt auf der Mittelwelle weiß, dass er ja dann in großen Teilen Europas bei Dunkelheit gut zu empfangen ist. Ja, wir freuen uns hier, hier zu sein, sehen hier wahrscheinlich eine Reusenantenne, der Sender ist unbemannt, dort ist eine Kamera, vielleicht sieht man uns schon hier und holt uns gleich ab, aber wir freuen uns, dass wir es geschafft haben, hier in der Nähe von Melnick uns mal diesen Sender angucken zu können. Ja, wir freuen uns hier, wir freuen uns hier. Ja. Wir freuen uns hier, wir freuen uns hier. Liebe Radio-Freunde, wir sind jetzt hier vor dem Studio von Radio Terchowka. Wir haben geklopft, leider ist keiner da, aber es war trotzdem ein schöner Aufenthalt. Wir haben hier nochmal gefrühstückt und Max hat zwei Filme gemacht von vier vorbeifahrenden Zügen, die nicht alltäglich sind in unserer Gegend und ich hoffe, das macht euch dann auch ein bisschen Spaß. Ja, wir sehen uns hier, wir sehen uns hier. Norddeutscher Rundfunk 2020 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 Vielen Dank.